Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Heute testen wir das Fischer E-Mountainbike Montes EM1726. Dieses leistungsstärke E-Bike kommt in einem sportlichen, schiefergrau-matten Look mit roten Details und wiegt dabei nur 26 kg. Ausgestattet mit einem kraftvollen 48V Heckmotor und einem 422 Wh Lithium-Ionen-Akku. Bietet es eine beeindruckende Reichweite von bis zu 120 km. Die 27,5 Zoll Reifen und der 48 cm Alu-Rahmen machen es zur idealen Wahl für anspruchsvolle Offroad-Touren und den täglichen Einsatz. Das Montes EM1726 punktet mit seiner hochwertigen Ausstattung. Die SR-Suntour XC-THLO-Federgabe bietet 100 mm Federweg und sorgt für eine komfortable Fahrt auch. Auf unebenem Gelände, die Shimano 1x10-Gang-Kettenschaltung ermöglicht präzise und schnelle Gangwechsel. Während die hydraulischen Scheibenbremsen von Not zuverlässige Bremskraft bieten. Besonders hervorzuheben ist die Fischer e-Connect-App, die Navigationsfunktionen und Konnektivität über Bluetooth und USB bietet. Ein weiterer Pluspunkt ist der semi-integrierte Akku. Der sich leicht entnehmen und aufladen lässt das robuste Design und die hohe Belastbarkeit von bis zu 135 kg. Das Montes EM1726 machen das Montes EM1726 zu einem verlässlichen Begleiter auf jeder Strecke. Nutzer loben vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis und die einfache Montage des vormontierten Fahrrads. Für alle, die ein vielseitiges und zuverlässiges E-Mountainbike suchen, ist das Fischer Montes EM1726 eine klare Empfehlung. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr spannende Reviews.